Ja Leute, heute besprechen wir einige Themen bezogen auf Battlefield 2042. Weiter hinaus nehmen wir nochmal Battlefield Mobile unter die Lupe, denn da gibt es wirklich interessante Sachen, die man aufgreifen kann. Ebenfalls habe ich was von Fanmates gemachten Sachen und zusätzlich Battlefield 7 Informationen, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Aber vorneweg, du bist neu auf diesem Kanal, du liebst Battlefield wie ich, du bist dabei seit Battlefield 1942 oder auch schon früher mit Battlefield 3 oder 4, dann bist du da draußen genau hier richtig auf diesem Kanal. Lass mir einfach einen kostenlosen Abo da, das kostet dich nichts und supportet mich am meisten, denn so garantierst du die neuesten Informationen regelmäßig zu bekommen, was dein Lieblings-Battlefield-Teil angeht. Ich fasse die neuesten Informationen rund um das neue Battlefield auf, sowie auch ältere Battlefield-Teile, sobald es was Neues dazu gibt. So wie auch ein Sahnehäubchen obendrauf gibt es natürlich Bonis bei mir, wenn man ein Teil meiner Community ist, denn mir ist es wichtig auch was zurückzugeben. So wie auch heute am Ende dieses Video. Ansonsten sehen wir uns in der Zukunft, entweder auf dem Schlachtfeld oder in meinen Videos. In meinem gestrigen Video haben wir noch darüber geschwätzt, dass das neue Battlefield Mobile eingestampft wurde. DICE hat dieses Studio geschlossen und möchte sich zukünftig um Battlefield 7 sowie 2042 kümmern. Der Aufschrei war groß, nicht nur bei der Battlefield-Community, sondern bei meiner Community ebenfalls. Einige haben sogar das geschrieben, was ich gedacht habe, und zwar sollen sie sich eher konzentrieren, 2042 zu fixen und dann zukünftig um Battlefield 7 sich zu kümmern. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, hey, warum habt ihr das Spiel dann überhaupt entwickelt? Hättet ihr ja am Anfang an einfach schon gesagt, wir supporten 2042 und Battlefield 7 in Zukunft und machen nicht einfach noch schon Werbung für ein neues Battlefield-Titel, was überhaupt nicht mehr erscheinen wird. Na toll. Aber zu schreiben, nie wieder EA-Spiele zu spielen, ist auch wirklich keine Lösung. Welche Spiele möchtest du dann spielen? Wozone? Also ich habe davon nur Schlechtes gehört, wie viel Verbug da drin ist, wie viel nicht richtig funktioniert und wie voll es mit Hackern ist. Außer COD gibt es da wirklich nicht mehr viel Auswahl, was zumindest Konsoleros spielen könnten. Auf dem PC hättest du vielleicht noch WW3 oder andere Spiele wie Escape von Tarkov, die es aber natürlich schon nicht mehr casual ist wie Battlefield. Battlefield ist einfach einzigartig in seinem Element, was Fahrzeug-Gameplay angeht, Infanterie-Gameplay, sowie die großen und mittleren Karten. Die Modis sind auch einfach optimiert für Battlefield und kann man nicht einfach 1 zu 1 in jeden Call of Duty einpacken, wie zum Beispiel Ground War. Dort funktionierte der Eorberungsmodus Scheiße as Fuck. Nun ist es schon ein bisschen her, seitdem die Entwickler von Battlefield 2042 offiziell bekannt gegeben haben, dass Battlefield 2042 insgesamt 5 Seasons bekommen wird. Und auch schon dies war eine wirkliche Überraschung. Denn man muss hier auf jeden Fall sagen, dass die meistens gedacht haben, yo, Battlefield 2042 wird nach Season 4 beendet, dann wird es einfach wieder stillgelegt wie Battlefield 5 damals und dann kommt schon wieder das neue Battlefield raus. Nope. Es würde wahrscheinlich auch sogar nach Season 5 weitergehen. Wie ich das meine, ist ganz klar. Man sollte wissen, dass Battlefield 7 höchstwahrscheinlich Ende 2024 oder auch viel später in den Jahren 2025 oder 2026 erscheinen wird. Diese sind natürlich kein Wett offizielle bestätigte Daten, aber ich gehe davon aus, weil jedes Battlefield-Teil zwischen 1,5, 2 oder 3 Jahren erschienen ist. Gehen wir davon aus, dass sie endlich mit Battlefield 2542 Fiasko gelernt haben und nun sich entscheiden, jo, wir hauen das Spiel viel später raus. Also wahrscheinlich Ende 2025 brauchen wir ein Zwischending zwischen Battlefield 2042 und Battlefield 7. Und was würde da nicht einfach mehr reinpassen, als mehrere Seasons rauszuhauen? Jedes Season hat einen Abstand von drei Monaten, so war es zum letzten Season 1 und 2 und 3. Somit würde das einfach so weiter fortgeführt werden. Denn die Season 4 bekommt zum Beispiel wieder eine neue Karte, einen neuen Spezialisten. Dazu habe ich auch separate Videos hochgeladen, gerne einfach abchecken. Und natürlich auch weitere neue Waffen und auch Events. Diese Season startet laut wöchentlichen Missionen in dreieinhalb Wochen, bedeutet Ende Februar, Anfang März. Gehen wir dann wieder drei Monate vorwärts, sind wir bei Ende Juni, Anfang Juli angekommen. Hierbei würde dann die Season 5 starten und dann natürlich weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, ob ich hierbei recht behalte. Ich bin sehr gespannt, ob wir Battlefield 2042 noch gerettet bekommen. Denn das Klassensystem-Update ist ja jetzt nun im Spiel impliziert worden. Und somit ist es wieder ein bisschen mehr spielbar als Battlefield 3 und 4 im Vergleich. Aber da fehlt natürlich dieser eine Punkt, mehr Content. Und dies würde natürlich mehrere Seasons ausgleichen, endlich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Battlefield 7 in Zukunft, was sie da verändern werden. Ich hoffe sehr, dass sie wieder ein bisschen mehr Richtung Battlefield 3 und 4 gehen. Das habe ich auch damals so Battlefield 6-Zeiten gesagt, wo 2042 noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Aber ja, wir haben ja gesehen, was daraus geworden ist. Ich bin gespalteter Meinung, aber natürlich lasse ich mich trotzdem überraschen. Hypen sollte man sich auf jeden Fall nicht mehr. Und auch nicht pre-ordern. Leute, ich sag's euch. Die ADS-Zeit. Dies war ein großes Thema, was die Community nicht wirklich begrüßt hat. Seit Update 3.2 ist dies nun im Spiel und verändert zum Beispiel, wenn du größere Magazine mitnimmst, wie zum Beispiel die Trommelmagazine. Dies hat offiziell DICE nun auch bekannt gegeben, dass sie dies ändern wird. So schnell wie möglich. Bedeutet, mit einem nächsten Update wird dies wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. So wie es auch am Anfang vor Update 3.2 der Fall war. Als EA Creator Network Mitglied konnten wir Update 3.2 früher spielen. Und da war auch die ADS-Zeit so wie jetzt aktuell im Spiel. Und DICE begründete diese Änderung als Balance. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Entwickler, der das erfunden hat, wollte das so ausbalancieren, dass man in Zukunft mehr die kleinen Magazine mitnimmt, statt die großen Trommelmagazine. Seit Update 3.2 ist es nun möglich, als Sanitäter mit dem Defibrillator endlich wieder Kills zu machen. Ich weiß, es ist wirklich unnötig sowas zu erwähnen, aber es ist halt wie gesagt wieder ein Stück mehr Battlefield. So konnte es man es zumindest in Battlefield 3 und 4 auch tun. Nun kam es in 2042 und es macht jedes Mal eine Heide Spaß. Vielleicht was wichtig wäre zu erwähnen, wäre zum Beispiel, wenn du gerne Supporter spielst, also Medic in dem Fall jetzt mit dem Update 3.2, solltest du den Defi jetzt immer auf 100% hochladen, so rettest du zum Beispiel einen mit 100%. Solltest du nur einmal kurz mit dem Defi den Typen antippen, der auf dem Boden liegt, rettest du ihn nicht mit 100% und er geht dann in Gefahr ein, dass er halt durch Granatenschaden oder durch umherfliegende Kugel sofort wieder getötet wird. In meinem letzten Video bezogen auf Mobile habe ich gesagt, warum DICE Mitarbeiter nicht einfach die Karten übernehmen und dies in Battlefield Portal mit einbauen. Ich weiß, dass das nicht geht, denn das Maßstab 1 zu 1 nicht wirklich passt und auch natürlich die Grafik sowie die Technik nicht übereinstimmen von 2042. Das war ja nur natürlich als Spaß gemeint, aber trotzdem wäre das wirklich nice, wenn es gehen würde. Man sieht auf jeden Fall unveröffentlichte Maps, die wurden gepostet auf Twitter und zwar kann man hier zum Beispiel eine Stadtkarte sehen. Weiter hinaus sehen wir eine Karte, die auf dem Berg spielt mit einer Raketensilo-Station oder was auch immer das sein soll. Wirklich interessant. Weiter sehen wir eine große Stadt in der Nacht mit einer großen Brücke. Dazu glaube ich sogar, dass es ein offizielles Cover gab. Wenn ich es herausfinde, dann blende ich es auf jeden Fall hier jetzt ein. Und natürlich auch Davoman-Gipfel. Also Davoman-Gipfel für die Leute, die die Karte nicht kennen oder zumindest in Battlefield 3 noch nie gespielt haben. Das war eine Karte, wo du bei Rush zum Beispiel, wo du diese Funkstationen zerstören musst, einen Base-Jump hattest. Diesen seht ihr hier bereits. Bedeutet, ihr konntet auf diese Plattform gehen, ihr konntet herunterspringen, dann euer Fallschirm öffnen und natürlich reinsegeln in die neue Stage, wo zum Beispiel eine Fabrikgelände auf euch gewartet hat und weiter hinaus ein Autobahntunnel und auch ein Minenkraftwerk. Mann, waren das geile Zeiten. Und man sieht einfach, wie die Karte 1 zu 1 übernommen wurde. Schade, dass sie sowas nicht in Battlefield Portal mit einbauen. Ich würde mich so freuen. Seid ihr EA Play Abo-Mitglied, könnt ihr zum Beispiel diesen Drop jetzt für 2042 freischalten. Dies beinhaltet ein Outfit für den Spezialisten Angel, den seht ihr bereits jetzt im Hintergrund. Holt euch den Skin, wenn ihr EA Play Abo-Nutzer seid. Der News-Kanal auf Twitter mit dem Namen Battlefield Bulletin fand ihr ein neues Video, wo die Voice-Line zu Battlefield 2042-Spezialistin Paige Jisou gesprochen wurde. Auch wenn viele immer denken, Battlefield 2042 ist ein unfertiges Spiel und da wurde nicht viel Zeit reingesteckt, das stimmt nicht ganz. Mit diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie viel Arbeit eigentlich nur in den Voice-Lines steckt und nicht mal für das Gameplay an sich. Viel Spaß. Ihr möchtet hier das Video komplett sehen, checkt gerne meinen Link unter dem Video ab und checkt natürlich auch Battlefield Bulletin ab und lasst dort Liebe da, dass er das gepostet hat. Ich hab's wirklich auch selbst nie gesehen. Ich hab tatsächlich auch was Interessantes gefunden unter Spam. Ich hab da zufällig hingeschaut, nachdem ich unter Community Studio auf Kommentare gedrückt habe. Dort hat mir zum Beispiel ein Community-Mitglied ShortRage etwas geschrieben, was ich wirklich interessant fand. Dies landete leider unter Spam, weil du mir einen Link geschickt hast. Trotzdem konnte ich mir den anschauen und den möchte ich auch mit euch teilen, denn hierbei hat er uns natürlich Voice-Lines von deutschensprachigen Leuten geschickt, die zum Beispiel zur Zeit von Battlefield 1 aufgenommen wurden und die sind wirklich geil. Schaut euch mal kurz diese Clips an. Normalerweise sagst du halt, guten Tag, ich möchte so einen Kaffee haben, hier ist dein Text, sprich bitte in dieses Mikrofon. Und in dem Fall war es so, dass wir gesagt haben, alle Mann runter, bitte 30 Liegestütze. Wir wollten eben, dass die Leute schon mal direkt mit so einer körperlichen Anstrengung da reingehen. Wir haben manche Aufnahmen durchgeführt, wo die superschwere Rucksäcke aufhatten oder Eisenstangen in der Hand hatten oder Steine. Sie haben einen Drachen, CT! Die mussten halt wirklich bis an die Grenze gehen. Wir haben nicht nur so getan. In Decke, feindliches Flugzeug! Hey, Flieger! In Decke! Da muss man den Jungs auch ein Kompliment machen. Die haben das alle super durchgehalten. Vorsicht! Aufpassen, aufpassen! In Decke! Da hatte ich ein bisschen Sorge, ob wir ein Thema zusammenkriegen von Schauspielern, die da auch Bock drauf haben und das auch durchhalten. Da drüben ein feindliches Fahrzeug! Und uns nachher auch immer noch besuchen kommen. Bisschen mehr projizieren? Ja, ich kann nicht mehr! Ihr möchtet das weiter schauen, wie diese Sachen aufgenommen wurden für Battlefield 1? Gerne unter der Videobeschreibung ist der Link verlinkt. Ich danke dir nochmal, Short Rage, dass du das geteilt hast mit mir und nun teile ich es mit euch. Gestern waren zwei Entwickler von Battlefield Online auf Twitch und hat mit der Community zusammengezockt. Die haben natürlich ihre Meinung bezogen auf Update 3.2 abgegeben und natürlich mit der Community einfach viel Spaß gehabt. Ich war auch mit dabei, ich war leider im Gegnerteam, aber habe auch versucht gleichzeitig die Dice-Tags zu neifen, was fast echt unmöglich war. Nichtsdestotrotz habe ich es doch geschafft, ein oder zwei Mal ein paar Leuten von denen zu killen. Man hat mich dann auch im Livestream gesehen, was wirklich witzig war. Auf jeden Fall sehr korrekt, dass die live gehen und mit uns spielen. Man konnte sie fragen, hey, wie sieht es jetzt aus mit Season 4? Was kommt noch? Was kann man verbessern bezogen auf das ADS? Und da haben sie auch gesagt, dass dies demnächst wieder zurückgenommen wird, dass sie auf das Feedback gehört haben von uns und das fand ich auf jeden Fall großartig. Und hierbei möchte ich nochmal aus dem Weg räumen, dass viele sagen, dass die Dice-Mitarbeiter Noobs sind und nicht wissen, wie man spielt. Also ich finde, dass der hier, wo das streamt, auf jeden Fall richtig gut war. Kommen wir nun zu der Verlosung. Und zwar zu den NVIDIA-Codes. Ich wurde ja letztens mal korrigiert, dass es nicht NVIDIA heißt, sondern NVIDIA ausgesprochen wird. Deswegen tun wir das natürlich richtig jetzt. Und zwar geht es um die Verlosungen. Und zwar haben wir 22 Teilnehmer. Und da gehen wir einfach auf Generate. Und ich habe die Nummer 1. Ich habe hier mir eine Liste erstellt. Und die Nummer 1 ist der Max Mustermann. Ich habe diese Liste auch einfach zufällig aufgestellt. Also hier ist keine bevorzugt worden. Dann die Nummer 4. Und die 4 ist hier der Emanuel Heinz. Auch hier Glückwunsch, dass du ein Code gewonnen hast. Und dann gehen wir gleich zu dem dritten Code. Und schauen mal, wer diesen gewinnt. Und zwar drücken wir hier auf Generate nochmal. Und dann haben wir die Nummer 13. Wo ist denn die 13 da unten? AW47 Ore. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und nochmal an dich Glückwunsch an die drei Gewinner. Schreibt mir bitte alle drei einen Kommentar unter dieses Video, wie ich dir diesen Code zusenden kann. Leute, wenn ihr euch innerhalb von einer Woche nicht meldet, verläuft dieser Code. Und ich werde diesen Code, wo ihr gewonnen habt, wieder weiter verlosen. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Etwas länger als sonst. Ich hoffe, euch stört das nicht so sehr. Ja, den Stinger ich jetzt weg, den Wichser. So, boom, zackerlacker. Mein Kill ist mir gesichert. Hüft, lol, was? Lol, ich habe ihn mit der Stinger rausgeschossen. Und der Heli landet da. Ich habe ihn mit der Stinger rausgeschossen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020